Moin Moin, wir machen jetzt eine kleine Kräuterführung und alles was ich sage darf als Unterhaltungszweck gewertet werden oder die Sachen sind schon lange niedergeschrieben, weil das dürfen wir noch kommunizieren. Okay, dann haben wir hier noch den Löwenzahn, kennt eigentlich auch jedes Kind, die wunderschönen gelben Blütchen und die Fußdiplume zum Wunsch erfüllen. Es gibt da auch so ein Kinderlied, fällt mir aber nur die erste Strophe ein, singen tue ich jetzt nicht. Löwenzahn, Löwenzahn zündet eine Lichtlein an, Lichtlein gelb und Lichtlein weiß, Lichtlein auf der Wiese. Weil das sieht auch so feenhaft aus, diese Pusteblumen. Ja, auch sehr sehr gesund, auch wie fast alle Wildkräuter wirksam auf Leber, Galle, Milz und Niere. Die kleinen Blättchen sind pur sehr lecker mit in Salat rein, wenn sie noch jung sind, weil dann wenig Bitterstoffe sind und die großen kann man aber auch, weil Bitterstoffe sind ja sehr wichtig für uns, ist ja überall raus gezüchtet worden und ist auch sehr eng verwandt mit Chicorée. Es gibt auch die Wegwarte, das ist auch ein Löwenzahngewächs und das ist die Wildform vom Chicorée. Und was auch noch sehr spannend ist, die Wurzel, die wird im Herbst süß. Die hat so eine Art Frostschutz, was die Wurzel süß werden lässt und dann kann man die im Herbst graben und rösten und dann hat man so eine Art, Name darf man ja nicht sagen, Getreidekaffee, genau. Und zusammen mit Korne, Kirschkernen, Gerösteten hat man eins zu eins das Rezept von diesem unaussprechlichen Kaffee aus dem Laden. Und wenn man, wenn du das Winter über, den Winter über frisches, gesundes, ja, Salatgemüse haben müsst, gräbst du die Wurzel im Herbst in eine Kiste mit Sand ein und verschließt sie lichtdicht. Und immer schön feucht halten und da der Löwenzahn ja so extrem wüchsig ist, der wächst ja auch durch Beton durch, hat er die Fähigkeit ohne Licht zu wachsen. Und dann kannst du, ja, gelbe Blätter, weil das Chlorophyll fehlt, der ist dann auch ganz mild, den kompletten Winter über ernten. Und die Löwenzahnwurzel, das ist gerade wenn du Knochenleiden hast, Osteoporose oder so, dann ist ein Tee aus der Wurzel vom Löwenzahn sehr gut zusammen mit Ackerschachtelhalm. Bei der Löwenzahn zusätzlich noch Calcium enthält, das mit unserem zu 98% identisch ist. Aber auch so Powercal.